Eine Geschichte aus zwei Städten, ein bedeutendes Buch, ein dickes Ding. Charlie Dickens, ganz schön gebildeter Literatur-Fuzzi. Kann mir jemand was über Chucks Verwendung der dritten Person in dem Buch sagen? Wie wär's mit Possible? Äh, ich hatte eine Mission in Neuseeland und deshalb, ähm, konnte ich nicht lesen, ehrlich gesagt. Tja, das wirkt sich ja dann wohl auf deine Note aus, ehrlich gesagt. Ja, die Neue in der zweiten Reihe. Ich hatte eine Mission in Neuseeland und deshalb, ähm, konnte ich nicht lesen, ehrlich gesagt.